Hüpfe auf Schirmen oder Reifen. Also insgesamt müsst ihr achtmal auf Schirmen oder Reifen springen. Für diese Aufgabe eignet sich Reckless Railways extrem gut. Hier habt ihr jede Menge Cafés mit Schirmen. Also geht einfach zu einem Schirm hin, springt jetzt achtmal auf den Schirm und schon habt ihr die Aufgabe erledigt. Ihr habt aber auch noch die Möglichkeit zu den Tankstalten hinzugehen. Bei den Tankstalten findet ihr meistens Reifen, zum Beispiel bei dieser Tankstelle hier. Ihr könnt achtmal auch auf diese Reifen springen und schon habt ihr die Aufgabe auch erledigt.